Der Tunnel ist geschlossen. Ohne Winde sitzen wir hier fest. Seht, da ist sie. Diese Statue, das ist sie, wie ich sie gesehen habe. Lilith. Wir müssen meine Mutter finden. Ohne Winde. Hier drüben, die Winde. Ohne Winde. Ha! Endlich. Unser Fluchtgefährt. Oh, Hölle. Getötet. Was ist geschehen? Wir brauchen Verstärkung. Nein, wir... Was war das? Das kam von jenseits des Tors. Nein. Die Eskorte. Sie sind alle tot. Da drüben. Eine Frau. Vigor, es war eine der Frauen, die ihr geschickt habt. Nur, dass sie kein Mensch war. Sie... Sie war ein Dämon, wie die Statue. Sie behauptete, die Mutter Sanktuarius zu sein. Es war ein verdammtes Blutbad. Die andere Frau, Venat, wo ist sie? Sie flehte um ihr Leben. Lilith verschonte sie. Führte sie tiefer hinein. Gebt auf, Mädchen. Sie ist verloren. Vigor, ihr müsst mir zuhören. Der Stahl hat nichts genützt. Zauber, Gebet. Alles nutzlos. Geht nach Kovala. Erzähltes Brava. Alarmiert die Armee. Den Vater. Das Böse selbst. Kommt auf Sanktuario zu. Er tut es für mich. Er ist tot. Ich bin verloren. Eure Mutter hat mir gesagt, dieser Tant würde Glück bringen. Und ich habe ihr auch noch vertraut. Sie hat euch damit bestochen, oder? Ihr hättet sie überhaupt nicht durchlassen dürfen. Aber es ist noch nicht zu spät. Sie kann noch gerettet werden. Nicht von mir. Nicht mehr. Prava wird wissen, was zu tun ist. Ihr verlasst uns? Lasst sie im Stich? Da gibt es nichts mehr im Stich zu lassen. Sie ist so gut wie tot. Tut mir leid, Mädchen. Er hat uns wirklich einfach verlassen. Jetzt liegt es an uns. Lillith kann nicht weit sein. Was ist das? Wie eure Gedanken rasen. Ja. Ich bin Lillith. Mutter von Sanktuario. Tochter des Hasses. Ich habe, was ihr sucht. Ihr dürstet nach Wissen. Ihr habt auf der Suche danach euer Kind durch ganz Sanktuario gezerrt. Nein! Ich... Ich habe sie gelehrt, wie man überlebt. Ist es das, was ihr glauben wollt? Macht euch nichts vor. Ihr habt Fragen. Ich habe Antworten. Ich kenne das Gefüge des Kosmos. Alles, was ich gelesen habe, warnte mich vor euch. Ihr habt so viel gelesen. Und doch wisst ihr so wenig. Nehmt ihr mein Angebot an? Ich... Ich weiß nicht. Lasst ihr es mich versuchen? Ich will es versuchen. Eure Mutter ist... Am Leben. Sie kam mit Lilith hierher. Wie könnt ihr euch da sicher sein? Äh... Manchmal sehe ich Visionen der Vergangenheit. Ich habe sie gesehen. Was? Wie? Liliths Blüten... Ihr Blut... Wurde mir einst verabreicht. Ich bin auch nicht bereit. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. 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 Ich bin noch nicht bereit.